Die Glaserei HAUSHILD ist Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für alle Arbeiten rund um Glas. In unserem Traditionsbetrieb garantieren wir Ihnen immer beste Qualität, Top-Beratung durch den Glasermeister persönlich und alle Leistungen aus einer Hand. Sie nennen uns Ihre individuellen Wünsche und wir setzen diese sauber und professionell in die Tat um. Dabei ist egal, ob Sie eine Tür aus Glas wünschen, Ihr Fenster repariert werden muss, Sie Ihre Küchenwand verglasen lassen möchten oder auf einen Sachverständigen angewiesen sind. Wir stehen Ihnen stets tatkräftig zur Seite. Durch unsere über 30 Jahre an Erfahrung meistern wir auch besondere Glasbearbeitungen mit Links. Dazu gehört neben dekorativen Möglichkeiten wie Bleiglasarbeiten auch die Sicherheitsverglasung zum Schutz vor Glasbruch, Einbrüchen oder sogar Explosionen. Wir finden die richtige Lösung für Ihre individuellen Ansprüche. Unsere besondere Spezialität sind allerdings Duschkabinen. Unsere Duschkabinen aus Glas sorgen nicht nur für einen wahren Blickfang, sondern sind auch super pflegeleicht. So wird Ihr Bad zu einer richtigen Wohlfühloase. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie doch unsere Ausstellung in Hamburg-Eidelstedt oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie! Untertitelung des ZDF für funk, 2017